Mir taugt es total drauf, es ist brutal steil, aber mir passt es gut, meine Haxen, die fühlen sich super. Ich glaube, dass es heute echt passt. Es ist zwar wahnsinnig steil, aber wie gesagt, wie wir schon geredet haben, in Naudersaar. Es ist ja oben der Reich Franz vom Alpenhaus, der bewirtet uns immer genial und das ist noch schon eine gute Entschädigung. Das gesamte Welt verwirrt, neutralisiert bis zum Netto. Super, 20.15 Uhr auf OEF. Das ist Wahnsinn. Wir werden alle Zuschauer hier klatschen, wir werden ein bisschen mehr machen, das wäre toll. Klatschen wir alle, haben alleinander, das ist toll. Es werden super wieder werden, heute 20.15 Uhr auf OEF. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Untertitelung des ZDF, 2020